Erwartungen von Luna Love Dog Kapitel 15 Die Verwirrung Es war Ende Oktober und nur noch drei Tage bis Halloween. Harry war kein großer Fan von Halloween, was natürlich auf der einen Seite daran lag, dass es der Todestag seiner Eltern war und der Tag, an dem sein Schicksal seinen mehr als verworrenen Lauf genommen hatte. Dazu kamen andere unschöne Erinnerungen, die direkt mit Hogwarts zusammenhingen. Der Troll war dabei noch eine der angenehmeren, denn immerhin hatten Ron und Harry an diesem Abend Freundschaft mit Hermine geschlossen. Aber der erste Hinweis auf die Kammer des Schreckens oder Harrys Name, der aus dem Feuerkelch kam, waren ebenfalls keine erbaulichen Ereignisse, die er mit diesem Tag verbrannt. Dennoch hoffte Harry, dass er als Lehrer ein ruhigeres Fest ohne Katastrophen erleben würde und war gewillt, dem Abend eine Chance zu geben. Allerdings war es noch nicht so weit und heute stand erst einmal wieder die nächtliche Aufsicht an. Die erste Aufsicht mit Mervoy. An sich war es völlig egal, mit wem er Aufsicht hatte, denn alles, was man mit dieser Kollegin oder diesem Kollegen zu tun hatte, war zu klären, wie sie sich aufteilten. Dennoch fühlte es sich mit Mervoy anders an und Harry ärgerte sich über sich selbst, dass es so war. Er konnte es nicht erklären und er wusste nicht, wie er seine Gefühle einordnen sollte. Es war einfach immer eine gewisse Aufregung, die ihn befiel, wenn es um Mervoy ging. Allerdings war diese Aufregung nicht negativ. Nein, keineswegs. Es war eher ein positives Kribbeln. Eine Erwartung. Eine Hoffnung? Harry sah sein Spiegelbild skeptisch an. Hoffnung? Fragte er und seine Stimme war seltsam laut in seiner Wohnung. Wofür sollte er denn hoffen? Dass Mervoy ihn nicht verfluchte oder beleidigte? Nein, darüber waren sie nun wirklich hinweg. Wenn überhaupt, dann hoffte er dieser Tage, dass Mervoy nicht sofort reißausnahm, wenn er Harry traf. Genervt von diesem dummen Gedanken, stüllte Harry den Kopf über sich selbst und wandte sich ab, um seine Tour durch die Gänge zu beginnen. Er hatte mit Mervoy vereinbart, dass er für die oberen vier Stockwerke zuständig war, und so ging er einen Stock höher, um sich von hier aus nach oben durchzuarbeiten. Zwei Stunden und zehn Minuten später ging er mit einem süffisanten grinsenden Gang entlang, der zum Astronomietum führte. Eigentlich war seine Schicht schon zu Ende, aber er war etwas aufgehalten worden, als er eine Ravenclaw, Schülerin mit einem Gryffindor in einer Nische entdeckt hatte, und diese beiden sich nur sehr zögerlich voneinander verabschieden wollten. Dennoch wollte er den Rundgang nicht beenden, ohne sich vergewissert zu haben, dass sich niemand auf dem verbotenen Turm aufhielt. Während er die Tür öffnete, sah er dann auch den Schatten einer Gestalt, die an der Brüstung lehnte. Sein Unterbewusstsein hatte offenbar schneller die richtigen Schlüsse gezogen als sein Gehirn, denn sein Herz machte einen freudigen kleinen Hüpfer, der Harry durchaus irritierte. Der schwache Geruch nach Zigaretten, ein rotglühender Punkt und die hellen Haare, die Mondlicht schimmerten, ließen aber auch keinen anderen Schluss zu. Mervoy reagierte nicht, sodass Harry sich nicht sicher war, ob er ihn gehört hatte. Oder war das wieder so eine Mervoy-Sache? Hallo, Potter. Harry zuckte zusammen. Mervoy hatte sich nicht umgedreht, aber er hatte offenbar gehört, dass sich die Tür geöffnet hatte, und vielleicht hatte er auch mit Harry gerechnet. Immerhin lag der Turm auf Harrys Tour. Harry trat neben Mervoy und blickte in die Nacht hinaus. Der Anblick war atemberaubend. Das Mondlicht schimmerte sanft zwischen locker dahinziehenden Wolken, die immer wieder den Blick auf den unendlichen Sternenhimmel freigaben. Der See reflektierte das blasse Licht und wirkte damit noch undurchdringbarer in seiner Schwärze. Hin und wieder zog ein lautloser Schatten aus Richtung der Eulerei vorbei. Kein Laut war vom Flügelschlag zu hören, höchstens der Ruf einer Eule. »Es ist wunderschön«, flüsterte Harry ehrfürchtig. Mervoy machte einen letzten Zug und ließ die Zigarette verschwinden. Harry befürchtete, dass Mervoy damit keinen Sinn mehr sehen würde, hier in der Dunkelheit herumzustehen. Daher fragte er rasch. »Wie kommt es eigentlich, dass du rauchst?« Beinahe erwartete er dieselbe Abfuhr zu erhalten, wie bei ihrer ersten Begegnung hier auf dem Astronomieturm. Aber Mervoy blieb auf jeden Fall erst einmal ruhig stehen. Harry spähte seitwärts und beobachtete im unsteten Mundlicht die nun noch blasseren Gesichtszüge. Er konnte nicht einmal im Ansatz erahnen, was sich hinter dieser Stirn verwarg. Schließlich seufzte Mervoy ergeben, was aus Harrys Sicht geradezu einem Gefühlsausbruch gleichkam. »Was weißt du über die Strafe, die ich erhalten habe?« Harry ranzerte die Stirn. Er hatte mit vielem gerechnet, aber nicht, dass sie auf dieses Thema zu sprechen kommen würden. »Nichts«, antwortete er daher wahrheitsgemäß. »Du hast sie abgegolten, nachdem du den Abschluss gemacht hast, und bist damit ein freier Mann. In was sie bestand, weiß ich nicht.« Mervoy nickte. »Shacklebolt ist ein wirklich anständiger Kerl.« »Das ist er,« bestätigte Harry. Plötzlich wandte Mervoy den Kopf und sah Harry an. Harry fühlte sich ertappt, aber vermutlich hatte der andere schon längst Harrys Blick auf sich gespürt. »Ich werde es dir erzählen, Potter. Aber nicht jetzt. Es ist eine längere Geschichte. Wir haben morgen Unterricht, und so viele Wärmezauber kann ich gar nicht sprechen, dass wir hier nicht irgendwann festfrieren würden.« Harry konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen, während er sich umwandte. »Du hast recht. Wir sollten zusehen, dass wir noch etwas Schlaf bekommen. Ich habe morgen als erstes die Sechsklässler von Slytherin und Gryffindor. Da ist es nicht angebracht, übermüde zu sein.« Mervoy schnappte belustigt. »Es ist immer noch ungefährlicher als die Erstklässler Hufflepuff von Slytherin. Ich hätte nie gedacht, dass das eine explosive Mischung ist.« Harry lachte, während sie die Stufen hinabgingen. »Stimmt. Du hast definitiv den gefährlicheren Job.« Sie ließen sich über verschiedene Klassenkombinationen aus, während sie das dunkle und leere Schloss durchquerten, und Harry bedauerte es beinahe, als sie im dritten Stockberg angekommen waren. »Gute Nacht, Mervoy«, sagte er, und Mervoy nickte ihm zu. »Gute Nacht, Potter.« Dann drehte er sich um und verschwand im dunklen Korridor. Es fiel Harry schwer, Mervoy in den nächsten Tagen nicht darauf anzusprechen, wann er ihm denn diese viel zu lange Geschichte erzählen würde. Bei ihm war durchaus klar, dass er Mervoy bestimmen lassen musste, wann er dazu bereit war, auch wenn er seine Neugierde kaum zügeln konnte. Eine lange Geschichte bedeutete zudem ja auch, dass sie eine lange Zeit miteinander verbringen mussten, und diese Tatsache machte nochmal einen größeren Reiz aus. Warum es ihm so reizvoll erschien, ausgerechnet mit Mervoy Zeit zu verbringen, konnte er sich immer noch nicht wirklich erklären, aber er hatte beschlossen, es nicht weiter zu hinterfragen. Die Vorbereitung auf Halloween lenkten Harry ab. War geplant, dass das Festessen nicht wie sonst an den Haustischen eingenommen werden sollte. Vielmehr hatte McGonagall in der letzten Konferenz erklärt, dass es viele kleine Tische geben würde. Sie erhoffte sich davon, dass auch Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen Häusen leichter ins Gespräch finden würden. Häuserübergreifende Freundschaften gäbe es sowieso bereits, und gerade an so einem Abend sollten die Freundinnen und Freunde die Gelegenheiten haben, zusammen zu feiern. Harry fand die Idee gut und war gespannt, wie sich das Ganze dann an diesem Abend gestalten würde. Auch der Tisch, an dem die Lehrkräfte essen würden, sollte nicht auf dem Podest stehen, sondern bei den anderen Tischen. Harry und Kjell fiel die Aufgabe zu, einen Plan zu erstellen, wie die Tische dann in der Halle aufgestellt werden sollten. Daher hatten sie sich am Tag vor Halloween im Lehrerzimmer verabredet und betrachteten nun den Plan der großen Halle. Harry war froh, dass es praktische Zauber gab, mit denen man die Tische und Plätze immer wieder neu auf dem Pergament anordnen konnte. »Ich werde mir einen Platz neben Draco sichern«, erklärte Kjell, während er die Tische auf dem Plan mit einem Wink seines Zauberstabes neu sortierte. Harry stutzte und versuchte, das fiese Gefühl hinter seinen Rippen zu ignorieren, das sich bei diesen Worten eingestellt hat. »Wieso das?« fragte er in betont lässigem Tonfall. »Er geht mir aus dem Weg.« »Willkommen in Malfoys Welt«, lachte Harry, eigentümlich erleichtert. Kjell sah ihn fragend an. »Wie meinst du das?« Harry zogte mit den Schultern. »Malfoy scheint generell nicht viel Gesellschaft zu suchen. Ich bin ja schon froh, dass er inzwischen nicht mehr davonläuft, wenn wir uns mal zufällig über den Weg laufen.« »Ja, er ist schon ziemlich zurückhaltend, aber ich gebe nicht auf.« »Ihr wart doch sogar schon zusammen in den drei Besen«, fiel Harry da ein, und er musste sich zurückhalten, nicht zu fragen, was eigentlich der Anlass gewesen war. Immerhin interessierte er sich ja auch nicht dafür, ob Flitwick und Madame Hooch miteinander nach Hogsmeade gingen. Ja, er seufzte. »Ja, das war das erste und einzige Mal, dass Drake sich mit mir verabredet hat. Aber nachdem er entdeckt hat, dass ihr drei da seid, war er irgendwie abgelenkt.« Harry wusste nicht, was er dazu sagen sollte und schwieg daher. »Hauptsache, ich sitze nicht neben Trelawney«, sagte er irgendwann. Vielleicht auch, um dieses seltsame Thema abzuschließen. Als Harry am Halloween-Abend die große Halle betrat, stand ihm der Mund offen. Er selbst hatte mit der Dekoration nichts zu tun gehabt, und so staunte er nicht schlecht, was Flitwick, McGonagall und Hagrid auf die Beine gestellt hatten. Ihm Raum verteidigt, dass er nicht seiten Tische waren mit orangefarbenen Lampions geschmückt, die für warmes Licht sorgten. Er zaubertes Herbstlaub bedeckte den Boden und wurde hin und wieder von einem großen Windstoß aufgewirbelt. Hagrids riesige Kürbisse standen in gewissen Abständen auf dem Boden, illuminiert durch die Kerzen in ihrem Inneren. In den Ecken hingen riesige Spinnennetze, und Harry konnte nur hoffen, dass diese ohne Bewohner waren, auch wenn er nicht so viel Angst vor Spinnen hatte wie Rod. Harry steuerte auf den Tisch für die Lehrerinnen und Lehrer zu und erkannte, dass Kjell sein Ziel des Abends bereits erreicht hatte. Er saß neben Malfoy, auf dessen anderer Seite Aurora saß. Ray beschloss, sich gegenüber dieser drei neben Flitwick niederzulassen. Er mochte den freundlichen Mann, und nicht einmal die Tatsache, dass ich Billings auf den freien Stuhl neben ihn setzte, konnte ihn aus der Fassung bringen. »Guten Abend, Mr. Billings«, rüßte Harry höflich. »Guten Abend.« Da Billings nicht den Anschein machte, eine Unterhaltung zu beginnen, wandte sich Harry nach links. »Die Dekoration sieht wirklich fantastisch aus. Sie haben sich selbst übertroffen.« Ludwig strahlte und wandte sich dann seltsam förmlich zu Harry. »Sollen wir das mit dem See nicht lieber sein lassen? Ich heiße Phileas.« Harry nahm die dargebotene Hand und lächelte nun ebenfalls breit. Von einem Kollegen, der selbst sein Lehrer gewesen war, das Duo angeboten zu bekommen, freute ihn mehr, als er es für möglich gehalten hätte. Er hob den Blick und wurde an die Abendessen vor dem Schuljahresbeginn erinnert, als er schon einmal diese beiden blonden Männer nebeneinander gesehen hatte. Sie waren wirklich sehr unterschiedliche Typen. Im Moment sah man Mervo jedenfalls nicht an, dass er Kjell aus dem Weg ging. Die beiden unterhielten sich sehr angeregt, und Harry konnte den aufkäumenden Unmut kaum unterdrücken. Das Essen war vorüber, und McGonagall hatte für eine neue Anordnung der Tische gesorgt. Harry hatte zuerst befürchtet, sie würde eine Tanzfläche schaffen, aber schnell war die freie Fläche mit Stehtischen bestückt worden. In der so aufgelockerten Atmosphäre fanden sich erneut unterschiedliche Gruppen zusammen. Harry stand mit Septima an einem der Tische und beobachtete das bunte Treiben. Wie ich sehe, war Kjell bisher erfolgreich, meinte Septima schmunzelnd, und Harry folgte ihrem Blick. Kjell und Mervo hatten sich zusammen mit McGonagall an einem der anderen Stehtische eingefunden. Hat er dir etwa auch erzählt, dass er unbedingt neben Mervo sitzen will? fragte Harry erstaunt. Septima stellte ihr Glas ab und sah Harry verwundert an. So, als habe Harry etwas ziemlich Offensichtliches übersehen. Was? fragte er leicht gereizt. Septima schüttelte den Kopf. Nichts ist… Es ist nichts, Harry, ich denke. Kjell ist einfach ein Mann, der es gewohnt ist, zu bekommen, was er will. Sie stellte ihr Glas ab. Du entschuldigst mich. Und schon war sie verschwunden. Harry nahm einen großen Schluck von seinem Butterbier. Was sollte das denn? Warum wollte Kjell so unbedingt neben Mervo setzen? Und warum, und das war vermutlich die viel drängendere Frage, störte das Harry auf eine sehr beunruhigende Art und Weise. Er kam nicht dazu, sich weiter mit diesem unergiebigen Thema zu beschäftigen, denn zwei Siebklösterinnen traten auf ihn zu. Professor Potter, dürfen wir Sie etwas fragen? Er nickte. Die beiden Schülerinnen waren aus Ravenclaw und Gryffindor. Beim Anblick der Gryffindor wurde ihm wieder bewusst, dass sie ihn als Schüler beim Rumgammeln im Gemeinschaftsraum gesehen hatte, und natürlich kannten beide ihn noch sehr gut aus seiner Schulzeit. Damals hatte er beiden nicht viel Beachtung geschenkt. Inzwischen wusste er, dass sie sehr gute Schülerin waren. Zudem waren sie hübsch, war es durch die figurbetonten Kleider und das strahlende Lächeln, das sie ihm schenken, noch betont wurde. Sie haben doch mit einer Aroren auf Spillen begonnen, sagte die Gryffindor jetzt und stellte ihr Glas auf dem Stehtisch ab. »Ja, richtig. Interessieren Sie sich für diese Laufbahn?« fragte Harry und entspannte sich etwas. Er wusste nicht genau, was er befürchtet hatte, aber mit diesem Thema kam er klar. »Wir sind noch unsicher«, erklärte die Gryffindor. Es war Susanna Higgs, und Harry erinnerte sich jetzt daran, dass sie in seinem sechsten Schuljahr, als bekannt geworden war, dass er der Auserwählte sein sollte, sehr interessiert daran gewesen war, ihn zu Slughorns Weihnachtsparty zu begleiten. Er versuchte, diesen Gedanken zu ignorieren. Jetzt und hier war sie seine Schülerin, und bisher hat es im Unterricht dann noch keinen Zweifel gegeben. Die Tatsache, dass sie ihn nun unnötig übertrieben anstrahlte und sich dabei auch noch etwas zu ihm neigte, sollte ihn nicht stören. Dennoch konnte er natürlich nicht behaupten, ihm würde ihr Erscheinungsbild nicht auffallen, das sich doch sehr von dem eintönigen und gleichförmigen Schulroben und Uniformen unterschied. Sie trug ein zwar recht schlichtes, mitternachtsblaues Kleid, das aber mit seinen sehr dünnen Trägern sehr viel Haut zeigte. Nicht, dass der Auschnitt zu tief gewesen wäre. Es war sogar eher so, dass es in seinen Schnitt darauf aufmerksam machte, wie anregend ein tiefer Einblick sein könnte. Harry war sich dieses Details auf seltsame Art und Weise bewusst. Allerdings war es keinesfalls der Wunsch, mehr von diesem zweifellos schönen Körper zu sehen, vielmehr machte sich Irritationen ihm breit. Diese schob er auf die Tatsache, dass er nun mal trotz des geringen Altersunterschieds der Lehrer dieser beiden Mädchen war. Er zog leicht zusammen, als er die Hand von Romy Brixton, der Ravenclaw auf seinem Unterarm spürte, der auf dem Stehtisch geruht hatte. Rasch zog er den Arm zurück und nahm etwas Abstand zu den beiden. Er hoffte, die Geste wäre eindeutig, ohne direkt abweisend zu sein. Wenn sie wirklich Fragen zur Ausbildung hatten, wollte er sie natürlich gerne beantworten. Was genau wollen sie denn wissen? fragte Harry nun, um die Unterhaltung wieder unter Kontrolle zu bekommen. Tatsächlich stellte sich heraus, dass die beiden durchaus durchdachte Fragen hatten. Ob sie wirklich an den Antworten interessiert waren oder diese nur stellten, um die Unterhaltung in die Länge zu ziehen, konnte Harry nicht genau beurteilen. Dennoch beschloss er, nicht vom Schlimmsten auszugehen und da die beiden ihm nicht weiter auf die Pelle rückten, unterhielten sie sich nach einer Weile recht ungezwungen. Sein Blick fiel auf Malfoy, der immer noch mit Kjell zusammenstand. Allerdings war Malfoys Miene nun nicht mehr entspannt und gelöst. Vielmehr blickte er mit einer missmutigen Miene zu Harry herüber. Harry fragte sich, was wohl Malfoys Laune so gesenkt hatte. Immerhin unterhielt er sich offenbar recht angeregt mit Kjell, wobei dieser, wenn Harry das richtig beurteilte, den größte Teil der Unterhaltung bestritt. Während er seine Aufmerksamkeit seinen beiden Kollegen gewidmet hatte, waren zwei weitere Mädchen zu ihm an den Tisch gekommen und Harry fragte sich, was er verbrochen hatte. Er nahm einen tiefen Schluck und wurde dann auch schon mit neuerlichen Fragen bombardiert. Da er einfach viel zu höflich war, um sich umzudrehen und einfach davon zu gehen, beantwortete er weiterhin geduldig die Fragen zu seiner Ausbildung. Wenn diese Schülerinnen und Schüler wirklich alle Auroren werden würden, dann wollte er nicht in der Haut ihrer künftigen Ausbilderinnen und Ausbilder stecken. Entschuldigung, aber ich muss diese nette Unterhaltung unterbrechen. Jell war unbemerkt hinter Harry aufgetaucht und griff nach seinem Arm. Harry, kommst du mal bitte mit? An die enttäuschten Mädchen gewandt, sagte er. Verzeihung, meine Damen. Ich bin sicher, Professor Potter steht Ihnen im Unterricht wieder zur vollen Verfügung. Damit nutzte er Harry zu dem Tisch auf der anderen Seite der Halle, wo er vorhin noch mit Merva gestanden hat. Wo ist der Merva hin? fragte Harry und sah sich fragend um. Jell schnappte. Er ist vor zehn Minuten gegangen. Seine Laune war unterirdisch. Keine Ahnung, was dem das Butterbeer sauer gemacht hat. Danke, dass du mich da weggeholt hast. Warum bist du denn nicht einfach gegangen? fragte Kjell lachend. Harry zuckte beschämt die Schultern. Sie hatten Fragen zur Aurora-Ausbildung. Lach nicht, ich weiß, dass es nur um den ganzen Heldenkram geht. Immer noch. Kjell sah ihn mit hochgezogener Augenbrau an. Was ist? fragte Harry, dessen Geduld langsam auch aufgebraucht war. Das glaubst du sicher, dass es darum geht, was du getan hast? Kjell lächelte unsicher. Worum sollte es denn sonst gehen? Äh, Harry? Du weißt schon, dass du... Also, dass du einfach heiß aussiehst? Harry, der eben sein Glas an den Mund geführt hatte, erstarrte in der Bewegung. Noch nie hatte ihm jemand gesagt, dass er heiß aussehen würde. Was hast du da eben gesagt? Kjell sah ihn jetzt ebenso erstaunt an. Er sah sich kurz um, ob jemand in der Nähe war und neigte sich noch etwas näher zu Harry. Harry, ähm, also... Ich nehme dir ja nur ungern die Illusion, dass diese Mädchen dich nur wegen eines Heldenstatuses anhämmeln. Aber du bist ein verdammt attraktiver Mann. Und ich kann das durchaus beurteilen. Schließlich bin ich schwul. Harry fühlte sich, als würde er aus der Starre, in die er verfallen war, gar nicht mehr rauskommen. Keine Angst, ich weiß, dass du hetero bist. Außerdem bist du nicht mein Typ. Du bist mir nicht... filigran genug. Ganz anders als Draco. Jetzt grinste Kjell wieder und Harry erwachte aus seiner Starre. Draco Malfoy ist... Ist der etwa auch schwul? Ja, ist der. Wusstest du das nicht? Ich hoffe, ich hab da jetzt nichts ausgeplaudert. Jedenfalls ist eine harte Nuss. Kjell nahm einen Schluck von seinem Butterbier. Ich hatte gehofft, dass ich heute Abend einen Schritt weiter komme. Aber daraus ist nichts geworden. Er stieß Harry gegen die Schulter. Jetzt schau nicht so, ich tu dir schon nichts. Es sei denn, du willst das. Für dich würde ich sogar meine Vorlieben hinten anstellen. Harry versuchte sich an einem Grinsen, das vermutlich ziemlich schief geriet. Danke, ich... Ich denke nicht, dass du in die Verlegenheit kommen wirst. Wer weiß. Vielleicht hast du einfach noch nicht den richtigen getroffen. Harry saufzt da. Ehrlich gesagt bin ich gerade auch gar nicht auf der Suche. Kjell lachte. Das ist die beste Voraussetzung, eine bessere Hälfte zu finden. Harry lag in seinem Bett und drehte sich zum gefühlzwanzigsten Mal von einer Seite auf die andere. Er hatte sich noch eine Weile mit Kjell unterhalten und war dann bald ins Bett gegangen. Das hatte er aber schnell bereut, denn im Grunde war er gar nicht wirklich müde. Nur hatte ihn auch nichts mehr in der großen Halle gehalten. Seit Kjells Nachricht, dass er und Malfoy schwul waren, war er seltsam abgelenkt gewesen. Nun, da er mit seinen Gedanken alleine war, war es eigentlich nur zu verständlich, dass er nicht schlafen konnte. Dabei wusste er gar nicht, warum er sich überhaupt so viele Gedanken darüber machte, dass seine beiden Kollegen schwul waren. Es konnte ihm schlicht und ergreifend egal sein, mit wem sie Sex hatten oder sogar eine Beziehung einging. Und doch war da dieses nagende Gefühl, das ihn einfach nur ratlos machte. Natürlich wusste er, dass es mit Malfoy zu tun hatte. Aber konnte er wirklich so arrogant sein, dass es ihm etwas ausmachte, nicht Malfoys ganze Aufmerksamkeit zu haben? Er wollte nicht darüber nachdenken, was das im Umkehrschluss bedeutete. Wenig erholt wachte er am nächsten Morgen auf. Bildsequenzen seiner wirren Träume schossen durch seine Erinnerung. Kjell, wie er sich über Malfoy beugte und ihm ins Ohr flüsterte. Ich mag filigrane Jungs. Malfoy, wie er seine langen Beine um Kjells Hüften schlang und ihn leidenschaftlich küsste. Zu allem Überfluss hatte er auch noch eine schmerzhafte Erektion, die ihn durchaus beunruhigte. Hatte er vielleicht auch von seinen Schülerinnen geträumt und auf diese Weise darauf reagiert? Eigentlich konnte er es sich nicht vorstellen, denn er hatte keine Sekunde am gestrigen Abend auch nur den Ansatz eines solchen Gedankens gehegt. Und das, obwohl die Mädchen alle wirklich viel dafür getan hatten, sich in Charlotte zu werfen. Harry setzte sich auf und fuhr sich mit den Händen über das Gesicht. Es war natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass diese Mädchen nur wenige Jahre jünger waren als er selbst. In einem Jahr wäre es überhaupt kein Problem, mit einer von ihnen etwas anzufangen. Aber egal, wie er es dreht und wendete, er konnte es sich einfach nicht vorstellen. Beiner war froh darüber, dass Sex mit einer seiner Schülerinnen, und würde er auch in der Zukunft standfinden, für seine Fantasie keine Option war. Er beschloss, zum Frühstück zu gehen. Heute war kein Unterricht, aber er war nun schon einmal wach, da konnte er auch aufstehen. Kiel war noch nicht da, als er in der großen Halle ankam, und so unterhielt sich Harry entspannt mit Septima. Unter den Haustischen gab es noch viele Lücken, und Harry war sich sicher, dass viele das Frühstück heute einfach ausfallen lassen würden. Er belegte den Lehrertisch entlang und sah, dass sich Malfoy eben setzte. Kurz schaute er zu Harry und nickte ihm zu. Harry lächelte und neigte den Kopf ebenfalls zum Gruß. Dann widmet er sich wieder seinem Frühstück, und er glaubte beinahe, dass Malfoy ihm seine unkäuschenden Träume ansehen müsste. Als er aufstund, hielt McGonagall ihn auf. »Mr. Potter, haben Sie heute Abend Zeit? Ich würde mich gerne mit Ihnen unterhalten.« Harry war etwas überrascht, nickte aber dann. »Wann passt es Ihnen denn?« »Sagen wir um acht?«, fragte die Schulleiterin. Harry nickte erneut und machte sich auf den Weg in seine Wohnung. Das Wetter war scheußlich, und er hatte stapelweise Hausaufgaben und Tests, die er korrigieren musste. Der Tag ging schnell vorüber. Mittags hatte Harry sich nur ein Sandwich bringen lassen, da er ahnte, dass jede längere Unterbrechung seine Motivation zum Einsturz bringen würde. Beim Abendessen traf er auf Kjell, der offenbar schlechte Laune hatte. »Alles in Ordnung?« »Oh«, brummte Kjell. »Okay, ich lass dich ja schon in Ruhe«, sagte Harry grinsend und erzielte den gewünschten Effekt. »Möglich, dass ich gestern Abend etwas zu viel Feuerwiski hatte.« »Wie lang warst du denn noch bei dem Fest?« »Und seit wann gibt es bei so einer Veranstaltung Feuerwiski?«, fragte Harry. »Ich war noch bei Aberforth.« »Oh, okay.« Er verstummte und stocherte lustlos in seinem Essen herum. Harry beschloss, ihn in Ruhe zu lassen und wandte sich an Septima, die immer eine nette Gesprächspartnerin war. Um acht stand er vor der Tür der Schulleiterin und klopfte. Er konnte es nicht verhindern, aber jedes Mal, wenn er hier stand, wurde er in einen Strudel aus Erinnerung gezogen. Ein kleiner Teil von ihm erwartete sogar beinahe, dass Dumbledore ihn hereinbitten würde. Aber natürlich war es McGonagall, die nun »herein« rief. Harry hatte keinen blassen Schimmer, was die Schulleiterin von ihm wollen könnte und war daher positiv überrascht, als er sah, dass an dem kleinen Tisch beim Fenster zwei Tassen und eine Kanne standen. McGonagall erhob sich von ihrem Schreibtischstuhl und sah ihn an. »Mr. Potter, kommen Sie rein.« Sie ging zu dem Tisch und wies mit einer Hand auf einen der Stühle. »Setzen Sie sich.« Harry nahm Platz und sah zu, wie McGonagall die Teekanne mit einem Zauber belegte und die Tassen gefüllt wurden. Als dies erledigt war, sah sie Harry mit offenem Blick an. »Nun, Mr. Potter, Sie sind jetzt zwei Monate hier und der Zeitpunkt erscheint mir angemessen, Sie nach Ihren ersten Eindrücken zu fragen.« »Vorab allerdings«, sie neigte den Kopf, was nicht wirklich zu dieser stolzen Frau passen wollte. Beinahe wirkte sie etwas verlegen. Als sie schließlich aufsah, glaubte Harry sehen zu können, dass sich die Schulleiterin ein kleines bisschen straffte und er fragte sich, was nun kommen würde. »Wir kennen uns nun schon viele Jahre, in denen Sie natürlich mein Schüler waren, aber auch in Zeiten, in denen wir so etwas wie Gefährten waren, Kämpfer für dieselbe Sache.« Er stummte kurz und blickte aus dem Fenster, das aber nur ihr verschwommenes Spiegelbild zeigte. Dann wandte sie den Kopf und sah ihm direkt in die Augen. »Harry, ich denke, es ist an der Zeit, dass wir unsere – ich möchte fast sagen Freundschaft – durch eine persönlichere Anrede würdigen.« Harry hätte beinahe gelacht, denn er fand es höchst amüsant und auch durchaus liebenswert, wie kompliziert McGonagall den Vorgang machte. Bei Flitwick war das eine sehr unzeremonielle Angelegenheit gewesen. Andererseits erfüllte es ihn aber mit Freude und Dankbarkeit und nicht zuletzt auch Stolz, diese großartige Frau seine Freundin nennen zu dürfen. Denn nicht weniger war sie für ihn. »Professor«, er stockte und setzte nochmal an. »Minerva.« McGonagall lächelte bei dieser Anrede und davon ermutigt fuhr Harry fort. »Es gibt wohl wenige Menschen, deren Loyalität ich mir so sicher bin wie ihr. Wie deiner. Daher ist es eine Ehre für mich, dich als meine Freundin bezeichnen zu dürfen. « McGonagall strahlte ihn an. »Danke, Harry. Das, das bedeutet mir sehr viel. Wirklich.« Sie griff nach ihrer Tasse und trank einen Schluck und Harry tat es ihr gleich. Indem sie beide auf diese Weise etwas Zeit hatten, die Fassung wieder zu gewinnen, legte McGonagall, nun etwas geschäftsmäßiger, ihre Hände in den Schoß und sah Harry auffordernd an. »Und jetzt zu dir. Erzähl mir, wie dir die ersten Wochen gefallen haben und von deinen Eindrücken der Schülerinnen und Schüler.« Harry lehnte sich zurück und begann zu berichten. Und mit jeder Begebenheit, mit jedem Kind, über das er sprach, mit jeder Minute, die verstrich, wurde er sich sicherer. Die Entscheidung, nach Hogwarts zurückzukehren, war die beste, die er hätte treffen können. Hier in der Schoß ist jetzt eine Talbe. »Frau schültert.« Vielen Dank.